2 auf Weltlager Das sind wir wieder bei Killing Führer Einer der geilsten Spiele die es zurzeit gibt Will ich auch Alter Also die ich zurzeit besitze Es kommen ne Menge geile Spiele raus damit können wir Juli ist bestimmt ein guter Ansprechpartner dafür Warum setzt der Helions hier ab? Ähm Was interessieren dich denn so für neue Spiele? Kennst Fuck My 4? Schon gesehen? Aus Neu Kofftuki Hm Das war ja die Spiele Messer, die E3 War es da oder was? Hm? Was ist da vorgestellt? Ja Ja Ganz im Spiel und so Zum Beispiel Ähm H4 wurde Da vorgestellt Was? Soll ja im Himalaya spielen Man kann auf Elefanten reiten Was? Ja auf Elefanten reiten und damit noch viel wer zum Beispiel obendrauf Was kommt er dann Alter geil Und wahrscheinlich geht es auch in Coop Das wäre ziemlich geil Was? Ja Geht ja 5 ja wie gesagt Na gut auch mal draus Ich glaube ich hole das Ich glaube ich hole das Ja ich auch auf jeden Fall Erlaufen auch eine Stunde Wer da ist Ist die Minute schon vorbei Ja alter Ich hab da letztes Mal nicht reingefunden Ernsthaft, wir hätten auch links gleich reinlaufen können Oder ne? Ah ne Ich hab grad wieder Alter Ja Hunting Shotgun Nein ich zeig mal ein bisschen so die Waffen Alter muss deine zeigen Ich hab da wieder Es gibt ne AA12 für 4000 Die AA für 4000 Was? Creep Was? Ja Trink Ja Es ist schweizer Die Ihre Die 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 da und drei drei fünfzig zwanzig ich brauche meine Rolle noch ähm Next Wave ist in Kommen Boah lass meinen Groß rein ist das ein Hühnchen? Ah ne, das ist ein... wer? das ist ein Hühnchen lecker ja das hier in der Mitte sah so aus äh wunderbar ja meiner wechselt einfach die Waffe die Waffe ist übel die sind alle draußen die haben sich einen Körper rekatiert kann man hier die Türe schließen? Guck mal kurz ja es geht oh nein ja du machst die Türe zu ich geb Deckung ich hab die stärkere Waffe ich kann die Türe zu machen jetzt Fetzer kommt der Fetzer ist direkt vor der Türe jetzt du scheiße los 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 noch ein bisschen 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 kann man durch die Türe durchbauen NICHT MIR NICHT MIR NICHT MIR NICHT MIR ok dann warten wir bis sie durchkommen warte bereit dich schon mal vor lad alle Waffen nach aufmerhaft ok die kriegen sie eh nicht drauf von daher komm mit komm 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 lass mal denen ein bisschen helfen zu lange äh die Türe ist offen ich hab grad gedacht ach jetzt gehen die alle zur anderen Türe oder was die kommen hier hinten rein in die Scheune komm komm her komm her die kommen hier hinten rein wir Deppen guck mal wo die ganze Zeit reingekommen sind egal mach mal zu mach mal zu komm her oh ne ne wir müssen gleich zum Trader wir gehen hier aber wieder hin zurück ok ja oh wie geil das aussah alter wachst du denn ja ohne zu zielen genau getroffen alter ich sehe grad eigentlich so nen Schuss voll in den Kopf fliegen ich hab nicht mehr gezielt geil ich ziel die ganze Zeit fast nicht no no scope mit Sniper und no scope alter aber jetzt mal ernst im echten Leben ist es so schwer mit ner Waffe zu treffen wenn man unausgebildet ist ich war ja mal an so nen ich kennst ja die Cowboyfest ich weiß das hab ich schon mal erzählt aber ähm ja da tut man halt hier mit diesen Revolvern schießen und ja das ist ja es ist so schwer zu treffen ich hab dir auch mal fallen lassen zum Beispiel wir haben uns früher auch so ein angeheufen ich hab auch mal so den gemacht ja und äh ich hab den Tag immer fest zu äh packen also festnehmen und ich hab's auch so locker gelassen und dann boom ja und dann äh ich muss dir mal vorstellen du schießt jetzt mit so ner AK-47 die ist ja richtig groß eigentlich du musst ja so gucken dass du dir nicht äh gegen die Fresse schlagst beim schießen ja warte warte ja komm mit wir gehen wieder zurück ja komm wir gehen wieder zurück wir gehen wieder in unser Haus oder? mhm also die Map hier gefällt mir jetzt am besten bisher da kann ich nicht und geiler Schuss von dir und kommen Joa, Endzeit. Endzeit, Endzeit. Schweiß mal vorne die Tür wieder zu. Ich mach hier. Warte, warte. Ich mach hier. Bis die dann durchkommen, das dauert ewig. Endzeit, du beschweißen. Auch episch. Okay. Wir haben übrigens Muni ganz rechts drin. Warte, warte, warte. Fett close, kommt. Weg ist er. Alles hättest du sehen müssen. Und das Geile ist, wir haben alles auf Aufnahme, was wir hier machen. Wir kommen hier eh nicht durch. Wir können uns eigentlich entspannt ans Fenster gehen und jeden abknallen, der da draußen. Ich mach auf, Alter. Mach auf, warte, warte. Alles nachladen und dann aufmachen. Alter, wie es aussieht. Geil, jetzt machen wir den Zug. Ah, geht nicht. Jetzt geht's gar nicht dazu, oder? Der toll, toll. Na, egal. Da draußen sind ganz... Ketten singen. Du hättest zulassen sollen. Ketten singen, Freak. Ketten singen, Freak. Oh nein. Ich hab... Ich hab hier Probleme an der Vordertüre. Boah, alter. Boah, alter. Geil. Boah, alter. Boah, alter. In Zeitlupe zur AK wechseln. In Zeitlupe sieht alles geil aus. Irgendwie schon Slowmotion. Ja. Alles. Echt? Echt? Und wie ist? Ja, das ist ein Scheiße. Ja, ja. Da ist es. Ein Zombie ist noch übrig, aber wo? Ah, da hinten. Ah, da hinten. Ah, da ist ein Fleck auf meinem Bildschirm. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Ah, da ist ein Fleck auf meinem Bildschirm. Ah, okay. Guck mal meine Waffe an. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Ich hab ne Vektor. Ich hab ne Vektor. Ich hab ne Vektor. Ich hab ne Vektor. Na, echt? Hallo. Okay, komm wieder zurück. Hab ich Muni noch gefüllt? Ah, Wäste muss noch kaufen. Ah, hab keine Kohle mehr. Alter. Alter, wie reich du bist? Ich hab null. Dollar. Warte. Money, 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 money. Danke. Der soll abhauen. Komm her. Komm her. Schmeiß, schmeiß mir hin. Schmeiß mir hin. Gut, gut. Okay. So. Komm, jetzt lass wieder zurückgehen. Noobs, hat er gesagt. Bloß, weil er kein Geld kriegt. Ja. Etwas. Ähm. Ich hab grad was ganz großes kommen gehört irgendwo. Du auch? Ähm. Ach geil, die Tür ist wieder da. Lass wieder zuschließen. Nein, du kommst nicht rein. Mach so. Ich mach hinten. Oh ne, hier war ne Waffe drin. Hier sind zwei Waffen. Komm. Hol dir die da ganz links. Ähm. Hier ist nur noch 2% zugeschwe- Ach, scheiße. Das ist nicht. Oh, 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 da draußen ist irgendwas. Hä, ey, Zeitlupe. Schweißen. Alter. Ach, löse. Die kommen jetzt da zu unserer Türe. Scheiße. Kettensägen-Typ. Oder so. Nee, war nur so. Ey, hinter uns das Haus brennt. Da hast ich grad angefangen. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Uahhhhhhhhhhhh. Wir werden hier auf den Welt, Alter. Fackelst du dich selber an? Haha, schweißt du, schweißt zu. Schweißt zu. Ok, los. No, man kann auch nicht rein. Heißer, warte. Hä? Hä? Ich seh gar keinen Weg. gegner mehr die vektor ist geil mit dem magic ganz kammer leute abschließen wahrscheinlich nur dass er dass er die mehr mehr dings geben er mehr schaden machen wenn man den medix geht hat da draußen ist ein ganz großer ich habe eine waffe falls irgendwas da draußen ist kennst du das spiel max payne das ist auch üblich wo haben wir 100 Meter laufen Ich renne alles so schnell ich kann. Ich brauche irgendetwas schweres wahrscheinlich. Ich bin nicht. Ich bin nicht mehr. Ich hab's noch irgendeine Schottgang nicht. Oh oh. Oh ich hab nicht mal viel Zeit zum Schauen. Yeah. Guck mal was ich jetzt wieder für Waffen hab. Dual Revolvers. Dual Revolvers. 9mm. Dual Deagles. Und Granatwerfer M4. Wie schießt man Gradwerfer mit dem? Achso einfach so oder? Mindling. Ja. Oh der ist hier irgendwo in der Nähe gewesen. Irgendwo hier am Abgrund. Mit Granatwerfer mit Granatwerfer mit Granatwerfer. Ich würde nicht im Feld rum stehen. Ich würde ins Haus reingehen. alle hier liegt ne Bullpupp. Hier liegt ne Bullpupp rum. 3 25 Elf 3 2 1 1 Werde er jetzt trotzdem ist tot glaube ich. ich weiß gerade zu der ist da draußen, der ist da draußen der ist draußen wie schießt man Granaten? Nein geh lieber wieder ins Haus rein du musst drücken, irgendein Schreiben und reindrücken keine Angst ist der dem packen mir jetzt tag ich am Weg bleib ich eingeschlossen wir waren alle grad drin wo ist der? ja hätte ich lieber die Shotgun genommen dann könnte ich dauernd anfackeln dann wissen wir immer wo der ist ich würde jetzt nicht mal alleine draußen rumlaufen wie ein Typ man müssen wir den jetzt eigentlich suchen so ich habe ihn geil guck dir das an hast grad gesehen mit der Desert Eagle okay das war's mit dieser Folge bis zum nächsten Mal tschüss danke 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 danke